Mein Name ist Christoph Liebig. Ich komme aus Deport, aus dem schönen Lieberland. Und ich benutze eBay, beziehungsweise Internet, einen täglichen Base. Also wenigstens drei, vier Stunden am Tag. Und ich benutze es, wie schon im Event, für eBay hauptsächlich, weil ich meine Geschäfte über eBay abwickele und das Internet, meine ganze Mail, alles geht über ihr. Elektronisch.